Ich bin so überrascht, wie gut mir dieses Kunstprojekt gelungen ist. Ich habe mich nämlich mal was komplett Neues getraut. Ich bin ja sonst immer eher so der verkrampfte Typ, bei mir muss jedes Bild perfekt sein. Aber bei diesem Bild ist es mir wirklich das erste Mal gelungen, so ein bisschen drauf loszuzeichnen. Ich hatte zwar so eine grobe Vorskizze, aber den Großteil habe ich wirklich mal nach Gefühl gemacht. Schreibt bitte unbedingt, was ihr davon haltet. Vielleicht verrenne ich mich hier auch.